Wünschen Sie sich eine langanhaltende Schönheitsbehandlung in entspannter Atmosphäre? Dann bin ich die richtige Ansprechpartnerin für Sie im thüringischen Hildburghausen. In meinem modernen Kosmetiksalon wende ich diverse Methoden an, die Ihre natürliche Schönheit hervorheben. Ich biete Ihnen kosmetische Gesichtsbehandlungen aller Art an. Vom Mikroblading über Mikroniedlingbehandlungen bis hin zur Wimpernverlängerung werden Sie in meinem Kosmetiksalon garantiert fündig. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin und lassen Sie sich in meinem Salon verwöhnen. Ich freue mich auf Ihren Besuch!